In Jeremia 45, Vers 5 begegnet uns die Frage Es gibt die ganz heimtückische Versuchung, groß werden zu wollen. Man möchte bekannt sein und alle sollen in guten Tönen von einem reden. Diese Versuchung gibt es auch im Werk des Herrn. Aber das ist ein gefährlicher Fallstrick. Es raubt Christus die Ehre und es raubt uns selbst Frieden und Freude. Es raubt Christus die Ehre, weil wir unsere eigene Ehre suchen wollen. Als ich neulich im Johannesevangelium Kapitel 5 las, fiel mir auf, wie Jesus den religiösen Juden vorwarf, dass sie ihn nicht erkannten, weil ihnen die Ehre und die Anerkennung von den Menschen wichtiger waren. Sie waren stolz. Sie sahen sich als die Experten in der Schriftauslegung, aber Jesus musste ihnen sagen, dass die Schrift, die sie so sehr fleißig studierten, von ihm Zeuge, aber sie waren blind dafür. Sie erkannten Christus nicht. Dies beängstigt mich. Ich kann in der Schrift zu Hause sein und doch Gottes Wirken verpassen. Es passiert auf jeden Fall dann, wenn ich die Ehre von Menschen suche und beibehalten möchte. Was ist, wenn Gott dich zu einem bestimmten Dienst oder Weg beruft, aber du weißt genau, wenn du ihn gehst, musst du die Anerkennung bei den Menschen, in deiner eigenen Familie, ja vielleicht sogar in deiner Gemeinde opfern. Jesus konnte die jüdischen Leiter nicht weiterführen, weil sie an der Anerkennung von Menschen klebten. Was werden die anderen über mich denken? Genau diese Frage blockiert, sodass der Heilige Geist uns nicht tiefer und weiterführen kann. Wer Jesus nachfolgen will, muss sich von der Ehre und Anerkennung der Menschen lösen. Wirklich frei zu sein bedeutet, keinem etwas beweisen zu müssen, dass man im Rechten steht. Stehe für Jesus und für sein Wort ein. Ob Menschen dich loben oder dich verwerfen, es geht nicht um dich. Es geht um Jesus und um sein Evangelium. Der Sohn, Jesus Christus, soll in allem geehrt werden. Jesus suchte nie seine eigene Ehre, sondern immer die Ehre des Vaters. Wir wollen es ihm gleich tun. Suchen wir doch die Ehre von Jesus. Wir rauben Christus die Ehre, wenn wir uns selbst groß machen wollen. Johannes, der Täufer, wies alle Gedanken an Größe hartnäckig von sich. Sein Wahlspruch war, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Johannes Kapitel 3, Vers 30 Auch wir sollten uns auf den untersten Platz setzen, bis der Herr uns ruft, höher hinauf zu rücken. Selbst wenn ich mein Bestes für den Herrn gegeben habe, weiß ich doch, dass alles Gnade und Geschenk ist. Der Apostel Paulus wusste dies, wenn er sagte, Aber von Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle, nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. 1. Korinther 15, Vers 10 Du verweist nicht auf dich selbst. Sondern du zeigst auf Jesus hin. Erzähle einfach, was Jesus für dich bedeutet und was er alles in deinem Leben getan hat. Alles andere überlasse dem Herrn. Darum lasst uns für die Ehre unseres Herrn Jesus Christus leben. Denn ihm allein verdanken wir alles. Amen. Amen.